da war das erste Kruppchen jetzt müssen er ist wie er vor der Kampus und Leser geschossen alles was geht die Kanone der ersten Prozent der ganze Meckold ja alle Arte von den Ah die machen Schaden. Ist da nicht wenig. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja dann mal los. Kobalt! Yay! Wir sollten uns Adamantit holen. Adamantit ist denk ich besser. Ja aber das können wir glaube ich nicht direkt abbauen. Wir können nur eins von allen drei haben, oder? Nein wir könnten, nein. Wir können Kobalt, können wir nur mit der Molten, diese schwarzen Teile. Keine Ahnung, das ist ein Geister. Also das Kobalt können wir nur mit einer Molten Pickaxe abbauen. Mithril können wir nur mit einer Kobalt Drill oder so abbauen. Und dieses Adamantit können wir nur mit Mithril abbauen. Na super, das heißt, wir sind jetzt ganz viel Farb. Ey, yo, geht mal da unten und holt mal mein Gold ab. Da sind 19 oder, ne. Gerne. Ah. Ey, yo, die macht übelst Damage, das ist ja nicht gut. Teil Schlampe, wo bist du? So, dann haben wir jetzt Kobalt. Wo können wir jetzt Kobalt finden? Hier unten ist noch eine Truhe. Eine Truhe? Gott, das dauert, ja nicht die Truhe, sondern diese komischen Altare, die wir kaputt machen. Ja, was, was, was soll man denn da machen? Kaputt machen. Ja, wir haben doch schon Kobalt. Ja, aber dann kommt, glaube ich, noch mehr. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber sicher ist sicher. Ja, wenn wir schon hier sind. Ich meine, das wechselt sich einfach durch. Das ist, wenn du den jetzt kaputt machst. Äh. Moment, gleich hab ich's. Ah. Jetzt haben wir Mithril auf der Seite. Nein, wir haben alles zwei. Die vorherigen haben... Also, die erste Truhe, die gibt Kobalt, die zweite Mithril, die dritte immer Adamid. Und ich meine, es gibt immer mehr. Jeden mehr Truhen, Mann. Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen, bevor mich hier gleich wieder alle flamen. Ja, gut. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Aber ich tru einfach mal so halt ab. Cool. Krasser Typ, ey. Loll, was ist das für ne Hurensohnkugel? Alter. Kugel mit Flügeln dran. Loll. Das ist ein Schleim. Fliegener Schleim. Loll. Nein. Nein, 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 nein. Ich hab in die Schwimmflossen nicht an. Ich kann nicht atmen. Seite unter der Erde? Äh. Ja. Okay. Die Damage schauen rein. Die Damage ist los, ey. Ah, pisst euch Gegner. Ah ja, hier geht's raus. Okay, ich lauf jetzt nicht durch, ich lauf einfach mal an die Oberfläche. So, erstmal zurück. Stimmt. Äh, und wohin seid ihr jetzt? Achso, Tom steht hier. Oh, ne, ich bin wie der Engel. Ne, mir geht's auch zurück. Ohne Grund. Geil. Mission. Boah, was hat denn der so alles geiles? Shotgun. Shotgun, ey. Alter, 70 Gold, man ey. Das kannst du auch nicht herketscheaten, ey. 70 Gold. Ich hatte mehrere Platine auf dem anderen Server, die hab ich jetzt nicht mehr. Ja. Yeah, Party. Hahahaha. Das zur Hölle. Party. So, machst du das? Weiß nich. Eier und noch Party auf nem Klo hier. Hahahaha. Ich glaube, wir müssten mal auf den anderen Server gehen, auf die Let's Play Welt und so unser Gold holen. Eigentlich haben wir doch hier schon alles. Ja, aber ich hatte genug Geld für eine Shotgun. Ja, komm, ja. Um es mal einfach den Leuten zu zeigen, dass wir Geld haben. Ne, passt schon. So, jetzt müssen wir Kobalt abbauen, oder? Jetzt musst du hier in diesem Moment, musst du mal so epische Musik machen. Alter, was ist los? Lass mal, lass mal, lass mal sicherheitshalber noch, ähm, noch, ähm, noch mal die Altare zerstören, bis es wieder steht, dass die Welt mit Kobalt geblasht wurde, okay? Wieso? Das ist alles hier. Alles? Bist du 100% sicher? Gehen wir jetzt einfach runter und dann wirst du das unterwegs schon sehen. Okay. Bloß halt, ich glaube, je mehr Truhen du kaputt machst, desto mehr kommt, wie gesagt. Das wäre eine theoretische Schlussfolgerung. Nicht. Ah, da, was? Das, das, oder ne, das Gold. Ah, ne, das ist, äh, in so'n Zeug. Selber. Das mir hier nötig in so'n Seiten von dir geht. Ah, ja. Eins runter, hier. Hier. Hier könnte irgendwo was sein. Könnte. Das müsste so, 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 so ein blaues Zeugs sein, so. Zyran, da. Gefunden, Kobalt. Yeah. Äh, Alter, wie so sterblich von dieser Verschieblichen Wüßen. Schütten mich vor den Mann, nicht wie. Loll, alle, wie so macht, alles auf einmal so krank, Damage, eh. Hard-Mode. Hard-Mode, immer noch. Boah, ey, yo, das ist ja unglaublich. Aber ich nehm dein Gold gerne. Davon, äh, kaufen wir uns noch Hard. Ja, ey, das wird cool. Ich halt den von dir fern, boah, du ab, boah, du ab. Ach so. Na. Das ist eine Mission verschwunden. Scheiße. Klimiwurst, Schopper, Armand, Skidrat. Schon wieder. Klimiwurst. Ja. Ne, macht auch noch ein Rätsel. Na, bist du der Rätselmeister? Nicht. Von neun Gold sind nur noch vier übrig. Ja. Ich hab jetzt 92. Ja, Alter, das ist über die Hälfte von dir. Ja, Alter, das finde ich jetzt mal nicht sozial. Ich schon. Hilf mir, die Fledermäuser zu viel. Ja. Ja. Gott von deinem Gold nehme ich auch gerne. Ich hab nicht vor, dir mein Gold zu geben. Ja. Das ist, glaube ich, Mitrio, ja. Da können wir noch nicht abbauen. Wo ist Mitrio? Ja. Ja. Das Zeug rechts. Hier. Ja. Ja. Ja, spring in die Laber, Tom. Dämon, verzieh dich. Äh, ich glaub, wir sollten wieder ein bisschen weiter hoch. Ja. Ah, wir sollten vielleicht noch mal ... Wir sollten auch überall Kristalle wachsen, theoretisch. Was bringen wir uns, Kristalle? Äh, ich glaub, aus denen ... aus denen kann man auch noch irgendwelche tollen Sachen machen. Ah, das ist noch Kobalt. Yay, Kobalt. Das werden wieder so wahnsinnig interessante Folgen, wo wir einfach nur farben. Ja. Wie in guten alten Zeiten, nur dass die Gegner jetzt viel stärker sind. Mudder Slimes sind kein Problem mehr, dafür riesen Mudder Slimes. Und Gaylords auch nicht. Ja, dafür Rüstungs-Gaylords. Gepanzerte Gaylords. Ja. Die komischerweise auch viel stärker sind, dank ihrer Panzerung. Haha. Ist logisch. Ah, da ist noch vorbei. Da ist Kobalt. Das ist Nutril. Ne, das ist Nutril. Ach, Mann. Äh. Wir müssen eine Höhle finden, jetzt mal ausbuddeln. Weil wir machen uns eine Höhle. Ja. Oh, eine gute alte Zeit. Wir müssen immer Fackeln platzieren. Ich hab keine mehr, ich hab unten alle geplaced. Play me. Warte, ich kann noch welche machen. Aha. 24 Fackeln. Yay. Was ist das denn? Skeleton Archer. Ja. Boah. Skeletten Archer tot. Soll es sein? Oh my god. Das sind nur so Überresten, Leute. Oh, ne grüne Qualle. Das ist schon alles verstrahlt hier, ey. Sie machen diese Fische 70 Schaden. Das sind keine normalen Fische. Die sind vier Ranias, ey. Die sind stärker wie ne Fleischwand. Ja. Soll. Ich lebe in Mitte. Demonten. Ich dachte, du bist unten. Ja, tue ich doch. Nicht gut genug, offensichtlich. Ach so, wow. Was ist das denn? Ah, macht das weg. Ah. Das ist Chaos Emerald. Oh my god. Die Elemente. Killerqualle. Killerqualle tot. Aber die Musik ist cool. Das ist die neue epische Musik. Nein. Neue epische Musik. Ah, helfe. Ah. Ist für mich tot. Stirb, du Mistviech. Stirb. Was ist das? Tue, 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 tue. Oh my god. Ich hab Schnee gefunden. Lol, Schnee. Unter der Erde, yay. Äh, nehmt ihr immer mein Gold? Ich nehm dein Gold. Ich würde gerne. Ah, ich hab daneben gedrückt. Au. Ich versuche, sie noch zu erwischen. Aha, Clemy ist gestorben. Aha, ich hab daneben gedrückt. Jetzt kommt doch noch so ne blöde Fledermaus. Ach, Mann. Illuminati. Die leuchten. Da müssen wir jetzt runtergehen. Ich leuchte ziemlich alles. Wartet's ab, ihr fiesen Monster. Ausgeburten des Bösen. Schaut euch diesen Strahl an. Kommt er zu euch durch? Ja. Ich bin schon wieder unterwegs hier. Toll. Ja. Aber bei mir ist er gerade im Gewicht. Wo seid ihr? Oh my god, Fledermaus. Ah! Ah, die macht der mit. Oh yeah, eine Truhe. Ah! 75 Damage. Weil ich lieber in Lava. Okay, bei dieser Fackel war unser Weg. Gut. Oh, Gold. Ganz viel Gold. Ja. Macht sie was aus, wenn ich mir dann die Shotgun hole? Ich würde gerne einen auf Range machen. Jo. Wie viel kostet sie? 70 Gold. Okay, so viel habe ich nicht. Ich habe jetzt nur noch 48. Irgendwer hat mein ganzes Gold. Claimy. Nö, ich habe 3. Ich habe 18. Wenn wir zusammenlegen, schaffen wir das. Okay, warte. 48 plus 18. Ich habe noch die illegalen Gun Parts. Ich habe 66 Gold. Jetzt brauche ich nur noch deinen Gold, Claimy. Warte. Da ist Gold. Oh, kannst du gut verkaufen. Oh, oh, da unten ist es. Irgendwer hat mich wieder zugemüllt mit nützlosen Items. Ich weiß nicht. Oh, alles klar. Und ich soll es wieder gewesen sein. Ja. Ja. Ja, bin ich gut, dass ich währenddem ich hier dieses weißes Zeug abfarme, hier irgendwie ein Scheiß rausschmeißen soll. Weißes Zeug. So. So Schneegelfarm, GZ. Ja man, ich bin 1-3-3-7, ey. Aber sowas von. Oh yeah. Fast so cool wie Tom. Der mit dem Anti-Hack. Echt? Ja, aber nur fast. Okay. Okay. Seh da, Meulze. Was kann sein? Ich nehme die rechte Seite. Mitte. Was? Wo ist denn hier eine Mitte? Ich mach gar nichts. Ah, Luft. Ich glaub da ist ein kleiner Kristall unten links. Oh, den sieht man nicht so. Die wachsen noch. Ist das einer? Das ist auch. Das könnte einer sein. Ja, war einer. Und was haben wir gebracht? Ganz viel Diamant. Ja, das kann man auch Sachen craften. Ah ne, das ist nur Silber. Hm, langweilig. So. Lasergun, pew pew. Yay. Problem ist, nur wenn ich stehen bleibe, regeneriert sich die Mana richtig schnell. Und jetzt? Schon wieder Schnee. Direkt neben Lava. Logisch. Ah ne, das ist Perlensand. Oh. Trinkt der was? Keine Ahnung. Ich fahr mit dir was ich mache. Ich fahr mit dir was ich mache. Ich fahr mit einfach mal. Psu, 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 psu. Ha, ha, ha. Er kann nichts dagegen machen. Schau mal eben was, dass wir aus den Sachen machen können. So, geil. Dann sag mal an hier. Schau mal was ich hier mache. Aus Perlensand kann man... ...Hailstone Brick machen. Immerhin. Halstone Brick? Alter, was machst du hier, ey? Töten. Krasser Typ, ey. Das geht nicht mit der Lanze. So, was kann man machen? Schwule, ey. Wenn du dich zu mir stellst, geht's dein König. Aus dem Kristall kann man total viel Sachen machen. Du musst sie auf meine Hörstelle. Du musst sie auf meine Hörstelle.